Hallo, der Frühling steht vor der Tür und es ist natürlich jetzt der perfekte Zeitpunkt, um sich mal so richtig mit dem Thema Pflanzenbestimmung auseinanderzusetzen. Und dazu möchten wir euch gerne mal eine Literaturempfehlung geben, nämlich den Grundkurs Pflanzenbestimmung von Rita Lüder. Ein Buch, was wir sehr gerne verwenden und wir wollen uns jetzt mal anschauen, was da so drin ist und worum es da drin so geht. Na dann wollen wir uns mal dieses Buch Grundkurs Pflanzenbestimmung von Rita Lüder etwas genauer anschauen. Aber bevor wir es uns eigentlich genauer anschauen, wollen wir erstmal ein bisschen über Pflanzenbestimmung an und für sich reden, denn es gibt da eigentlich zwei Ansätze, wie man Pflanzen bestimmen kann, die so die verbreitetsten sind. Und das eine ist es einfach einzelne Pflanzenarten, welche auch immer das ist, zum Beispiel die große Brennnessel, nach ihren eigenen Artenmerkmalen so ein bisschen auswendig zu lernen. Das muss man jetzt natürlich nicht so machen, dass man über ein Buch sitzt und jedes Merkmal einzeln auswendig lernt, sondern das passiert ja auch oft einfach, wenn man draußen ist. Je öfter man eine Pflanze sieht, irgendwann kennt man halt einfach alle Merkmale. Vielleicht nicht mal, dass man sie in Worten beschreiben kann, aber man weiß halt genau, die Art ist gerade die Pflanze, weil man durch die Erfahrung es einfach gelernt hat. Und das ist natürlich so eine Art, wie wir auch über viele Jahre hauptsächlich Pflanzen immer bestimmt haben. Nämlich einfach durchs Kennen der Arten und dass immer mehr Arten dazugekommen sind. Aber was halt passiert, irgendwann kommt man an den Punkt, wo man wirklich so viele Arten einzeln kennt, dass dann doch ein bisschen ein Chaos entsteht, weil man vielleicht nicht mehr alles überblicken kann. Und man erkennt vielleicht auch gar nicht dann immer mehr die Zusammenhänge, die eigentlich zwischen den Arten bestehen. Und die teilweise sehr offensichtlich sind, wenn man denn mal drauf aufmerksam gemacht worden ist und so. Und deswegen gibt es einen zweiten Ansatz, neben dem Auswendiglernen sozusagen. Und das ist halt die systematische Bestimmung von Pflanzen, dass man eben Schritt für Schritt guckt, wie sieht die Pflanze aus und zu welcher Familie gehört die Pflanze? Zu welcher Gattung gehört sie? Und schlussendlich dann eben auch, welche Art haben wir da gerade vor uns? Und da steigen wir jetzt mal in das Buch ein. Denn hier geht es eben um systematische Bestimmung. Da schauen wir mal, was hier so drin los ist. Grundsätzlich haben wir erstmal hier so Vorworte und so was, ja. Und so ein bisschen allgemeine Beschreibung, worum es in dem Buch überhaupt geht, natürlich. Und auch ein bisschen was zum Thema Naturschutz steht hier drin. Und dann geht es jetzt eben erstmal in das Thema Systematik. Und da wird erstmal erklärt, was ist überhaupt Systematik? Ja, was ist eine systematische Einheit? Und wie kommt man dann halt über Erteilung, Großgruppe, Klasse, Ordnung, Familie, Gattung bis zur Art der Pflanze? Und hier sind zum Beispiel auch Beispiele. So eine Familie wären zum Beispiel die Lippenblütler. Ja, da ist es bei uns auch so, dass wenn wir draußen sind, die kennen wir zum Beispiel recht gut. Was ist eben typisch für alle Lippenblütler? Was hat die ganze Familie der Lippenblütler eigentlich so gemeinsam? Ja, woran erkennt man, dass ein Lippenblütler ein Lippenblütler ist? Der Vorteil ist natürlich, wenn man das erkannt hat, dass die Pflanze, die da gerade vor einem wächst, ein Lippenblütler ist, dass man unfassbar viele andere Pflanzen ausschließt, die in Frage kommen könnten, was es genau für eine Art ist. Das heißt, man muss nicht wissen, was es genau für eine Art ist, sondern allein eben über die Familie schränkt man die möglichen Arten, die es sein könnten, schon mal extrem ein. Und ganz viele Pflanzen fallen schon mal direkt raus. Und so hat man eben schon mal eine viel bessere Möglichkeit letztendlich, die Pflanze zu bestimmen. Wenn man dann noch besser ist, dann kommt man vielleicht auch schon selber über die Merkmale in die Gattung, zum Beispiel Taubnessel. Dann weiß man, es muss irgendeine von den Taubnesseln sein, die es gibt. Und dann ist die Auswahl nur noch ganz klein und dann kann man die Art wirklich leicht finden. Also das ist halt so ein bisschen diese Systematik. Und dann geht es jetzt hier um den Grundbauplan einer höheren Pflanze. Sprich, da wird dann erklärt eben, wie sind Pflanzen überhaupt so aufgebaut? Klar könnte man jetzt denken, Blätter, Stiel, Wurzel, Blüten ist ja in gewisser Weise auch so. Aber da gibt es natürlich viel mehr Details, die man dann auch unbedingt braucht in der systematischen Bestimmung, denn sonst kommt man überhaupt nicht weiter. Und hier werden zum Beispiel mal die unterirdischen Organe beschrieben. Das heißt, wie können Wurzeln zum Beispiel überhaupt aussehen? Manche Wurzeln, da gibt es eine Hauptwurzel. Bei anderen, da gibt es keine Hauptwurzel. Was ist das überhaupt? Was bedeutet sowas? Das wird hier alles erklärt. Und auch immer mit sehr vielen Bildern. Und mit vielen Beispielen auch aus der Pflanzenwelt, also anhand von bestimmten Arten wird das erklärt. Und eben auch mit wirklich bildlichen Beispielen, was es da gerade wörtlich beschrieben wird, eben auch optisch mit gemeint. Und das gelingt hier auch ziemlich gut. Also man kann ja wirklich ein gutes Verständnis für sowas bekommen. Dann geht es hier um die Sprossachse. Hat eine Pflanze irgendwie Rhizome, zum Beispiel, oder nicht? Was heißt das eigentlich alles? Dann natürlich Blätter, was ein Riesenthema ist, was unglaublich wichtig ist bei der Bestimmung. Da geht es natürlich daran, wie sind die Blätter angeordnet? Die Blattstellung, ist es eben kreuzgegenständig, oder eben wechselständig, oder ein Scheinquirl oder so? Was sind die Unterschiede bei diesen ganzen Begriffen? Aus welchen Teilen besteht wiederum ein Blatt? Und natürlich auch, wie ist die Blattform? Ist es eben gefiedert, gesägt, gekerbt? Was bedeuten solche Wörter? Und immer natürlich alles mit viel Bildmaterial, sowohl mit Zeichnungen als auch mit Fotomaterial dargestellt. Dann geht es auch um Blüten. Auch da haben wir natürlich unfassbar viele verschiedene Merkmale, wie man Blüten unterscheiden kann. Und da gibt es sehr, sehr viele Fachwörter natürlich auch. Und die werden dann aber auch eben erklärt, was das eigentlich alles so bedeutet. Zum Beispiel hier, was ist radiersymmetrisch und Zygomorph. Das sind so Fachwörter. Der Unterschied ist sehr einfach. Das wird hier sehr gut dann auch dargestellt mit Bildern. Und ja, das ist erstmal sehr viel Vorwissen, was man sich hier anlesen kann. Auch die Früchte, die Samen, wie unterscheiden sich die? Das wird alles später gebraucht, eben wenn man sich zu der Pflanze so langsam dann hin nähern möchte. Ja, dann gibt es ja auch ein Kapitel über Zeigerpflanzen, was auch natürlich ganz praktisch ist. Welche Pflanzen zeigen eher einen sauren Boden an? Welche eher einen kalkhaltigen Boden oder einen stickstoffreichen, stickstoffarmen Boden? Denn auch so kann man natürlich schon durchaus Pflanzen einschließen oder ausschließen, wenn man den Lebensraum so ein bisschen analysieren kann, was da überhaupt in Frage kommen könnte oder nicht. Dann haben wir noch hier ein Kapitel, da geht es dann so ein bisschen um Inhaltsstoffe von Pflanzen. Ja, was gibt es so? Was sind Alkaloide? Was sind ätherische Öle? Wird so ein bisschen erklärt, was das eigentlich so alles damit auf sich hat? Und dann kommen wir dann so langsam nach den Inhaltsstoffen dann eben auch hier noch so ein bisschen in Richtung natürlich Tipps, wie man sammelt überhaupt. Ja, was natürlich auch wichtig ist. Also wann sollte man sammeln? Wie sollte man sammeln? Und ja, die Frage nach dem Wann ist natürlich jetzt auch gerade jetzt, wo wir das Video veröffentlichen. Also man kann natürlich das Buch jederzeit sich besorgen und damit einsteigen. Aber gerade jetzt natürlich sind wir so ganz kurz davor, bevor es jetzt richtig losgeht in der Pflanzenwelt mit Blüten und allem Möglichen. Und das ist natürlich jetzt ein guter Zeitpunkt, um in so eine systematische Bestimmung einzusteigen, wenn man so am Anfang von diesem ganzen Kreislauf der Pflanzen steht, wenn die jetzt bald kommen mit den Knospen und dann aufblühen und dann irgendwann sieht man die Samen, wie die aussehen und alles. Und man so diesen ganzen Kreislauf vom Jahr jetzt mitmachen kann, mit so einem Buch dann auch begleiten kann, ist natürlich jetzt optimal. Denn in zwei Monaten im April sind dann auch schon die ersten Pflanzen teilweise wieder verblüht und so. Also manchmal geht es ja dann auch echt schnell und dann ist schon wieder Winter und so. Ja, also das wird hier erklärt, wie bewahrt man Pflanzen auf, wie sammelt man die richtig und so. Auch so ein paar Tipps, was kann man damit machen mit Wildpflanzen, so kulinarisch und so. Und dann kommen wir eben jetzt zum ganz großen Teil der Bestimmungsschlüssel. Ja, und damit geht jetzt sozusagen eigentlich so der Hauptkern des Buches los. Damit wollen wir uns jetzt, wenn wir jetzt in der Natur sind und so eine Pflanze vor uns haben, an sie annähern und herausfinden, was es denn für eine Pflanze ist. Hier geht es natürlich erstmal eine Anleitung, wie man mit einem Schlüssel arbeitet, wenn man es noch nie getan hat. Ja, was natürlich gut ist, das zu können, wenn man Sachen bestimmen will, egal ob Pflanzen, Pilze, Tiger oder irgendwas. Mit Schlüsseln geht alles einfacher. Ja, dann sind hier natürlich auch so ein paar Verweise, was alles so vielleicht auch schief gehen kann. Ja, denn es gibt in der Natur natürlich immer Ausnahmen. Ja, es gibt selten so viele gute allgemeingültige Regeln. Die Natur, die bildet halt immer unglaubliche Vielfalt und Diversität aus. Und da kann es halt auch mal sein, dass zum Beispiel eine Blüte, die eigentlich nur fünf Blütenkronenblätter haben soll, plötzlich sieben hat oder so. Ja, als Ausnahmefall. Da gibt es ja so Beispiele, was halt so passieren kann einfach, dass Pflanzen plötzlich so ein bisschen anders sind, als eigentlich ihre Art im Regelfall ist. Und ja, das sind eben so ein paar Hinweise, was auch so eben Ausnahmen sein können oder hier natürlich auch wie variabel Blätter sein können. Dass natürlich auch innerhalb von so einem Pflanzenkreislauf sich auch Blattformen verändern können, je nach Pflanzenart. Hier ist zum Beispiel der Rheinkohl, den wir auch schon öfter gesammelt haben. Den könnt ihr in unseren Videos sehen. Werden wir euch mal eins verlinken in der Infobox. Und der kann eben sehr verschieden geformte Blätter haben. Und auch das ist natürlich ein Faktor, der in so einem Schlüssel eine Rolle spielen kann, wo man vielleicht auch mal nicht fündig wird. Weil irgendwie die Form so anders ist und so vom Durchschnitt abweicht oder so. Kann passieren, muss man halt dann auch mit auf dem Schirm haben. Und dann geht es halt los. Der Bestimmungsschlüssel geht los. Der funktioniert eben ganz klassisch wie ein Schlüssel, falls ihr das noch nicht kennt. Der fragt halt Fragen. Und die muss man dann beantworten. Mit der Pflanze, die man da vor sich hat. Zum Beispiel eben, hat die Pflanze überhaupt Blüten und Samen oder ist sie grundsätzlich ohne Blüten und Samen und vermehrt sich eher durch Sporen? Und wenn man das dann halt mit Ja beantwortet, wird man dann zu einer anderen Frage oder vielleicht schon zu einer Pflanzenfamilie oder sowas weitergeleitet. Je nachdem, was die Frage gefragt. Und so kommt man dann halt, schlängelt man sich durch so einen Fragenkatalog durch. Und es ist halt so ein bisschen wie so ein Detektivspiel. Da muss man halt immer gucken, was haut hin und was nicht. Und so arbeitet man sich da durch. Und da kann es dann halt auch mal passieren. Zum Beispiel hier sind wir jetzt auf Seite 108. Und wenn man jetzt hier antwortet, Blatt mit fiederigen, fingerigen, handförmigen oder netzartig miteinander verbundene Nerven. Blätter einfach, gefiedert oder gefingert. Keimling mit zwei Keimblättern. Das klingt jetzt natürlich erstmal alles, wow, so viele Fachwörter. Die sind wie gesagt alle erklärt. Das kann man alles nachschlagen. Wenn man jetzt darauf mit Ja antwortet sozusagen, dann kann man natürlich jetzt auch hier einfach mal von Seite 108 zu Seite 120 springen und überspringt einfach mal zwölf Seiten Fragen, die man halt gar nicht mehr braucht, weil die sich jetzt ab dieser Frage schon nicht mehr stellen, die Fragen. Und so arbeitet man sich halt Schritt für Schritt durch den Schlüssel durch. Und das klappt mal mehr, mal weniger gut. Das hängt natürlich, der Schlüssel an sich ist ziemlich gut, aber das hängt natürlich vor allem auch von einem selber ab, wie sehr man mit den Merkmalen umgehen kann, die abgefragt werden. Und natürlich auch mit dem Pflanzenmaterial, was man zur Verfügung hat. Denn manchmal muss man halt schon wissen, wie die Blüte gerade aussieht. Und da muss die Pflanze dann natürlich auch irgendwo blühen. Oder wenn irgendwie Fragen sind zu den Früchten oder so. Also es gibt halt bestimmte Fragen, die kann man nicht jeden Tag im Jahr beantworten, sondern da muss man halt zum richtigen Zeitpunkt dann an der Pflanze sein. Oder die gegebenenfalls auch noch über längere Zeit beobachten, wie die sich verändert, wenn da noch Merkmale fehlen, die man noch braucht. Also das kann natürlich immer passieren. Das ist natürlich bei Pilzen auch ganz genauso. Und das ist bei Schlüsseln halt so eine ganz klassische Situation. Und im Idealfall, wenn es dann gut läuft, bringt einen dieser Schlüssel dann eben irgendwann entweder schon direkt innerhalb von Schlüsseln zu der richtigen Art, die man sucht, oder eben zur Pflanzenfamilie, zu der die Pflanze, die man da vor sich hat, gehört. Wir sehen es hier, es ist ja hier auch so ein bisschen farblich getrennt alles. Und dann kommt hier halt dieser grüne Teil, der wirklich der größte Teil von dem Buch ist. Und da geht es eben dann um Pflanzenfamilien. Denn die Fragen leiten einen dann oft eben zu einer bestimmten Pflanzenfamilie hin, zu der die Pflanze, die man da vor sich hat, irgendwie gehört. Zum Beispiel hier jetzt habe ich mal die Nelkengewächse aufgeschlagen. Und da wird dann erstmal erklärt, was ist jetzt zum Beispiel bei der Familie der Nelkengewächse eben ganz typisch. Was zeichnet diese Familie eigentlich aus? Was sind vielleicht auch in der Familie bestimmte Merkmale, die die Familie immer hat? Also so, dass man teilweise, dann hat man es eben bei Familien, dass man mit bestimmten Kombinationen an Merkmalen, dass man sagt, die Blätter sind immer so und so angeordnet, die Blüten sehen immer so und so aus. Und die Merkmale kombiniert, ergeben dann immer nur eine bestimmte Familie, die es sein kann. Das ist natürlich dann, kann man sich hier alles durchlesen, eben was sind so typische Familienmerkmale, die andere Familien ausschließen wiederum. Und wenn man dann irgendwann sehr viel Erfahrung hat, dann kann man sich natürlich auch in der Bestimmung mit dem Schlüssel, diesen blauen Teil, diese ganzen Fragen in gewisser Weise schenken. Wenn man schon weiß irgendwann, was für eine Pflanzenfamilie man da vor sich hat, oder zu welcher Familie diese Art, die man vor sich hat, gehört. Das ist natürlich super praktisch, denn das ist ja irgendwie so ein Skill, den man dann auch eigentlich mit so einem Buch nach und nach sich erarbeiten will. Dass man halt genau weiß, das ist ein Lippenblütler, das ist ein Nelkengewächs und so. Und ohne die Art zu kennen, weiß man direkt die Familie oder vielleicht sogar schon die Gattung und ist halt somit wirklich sehr, sehr nah dran schon an dem, was man sucht. Und so erkennt man dann auch immer mehr Zusammenhänge in der Natur. Und dann eben innerhalb der Familie gibt es dann natürlich auch wieder einen Bestimmungsschlüssel, der einen dann durch die Familie führt und dann halt verschiedene Arten der Familie vorstellt, die dann natürlich auch hier des Öfteren mit Bildern auch gezeigt werden, wie die aussehen und so. Und dann kommt man irgendwann im Idealfall zur Art. In dem Buch hier sind ich glaube 700 Arten drin, also schon eine ganze Menge. Kann natürlich sein, dass jetzt eine Art fehlt. Da gibt es dann halt andere Literatur, mit der man dann weiterarbeiten kann, wo dann noch mehr Arten drin sind. Aber dann weiß man zumindest schon mal, ich habe jetzt irgendwie eine Pflanze vor mir, die ein Nelkengewächs ist. Das ist vielleicht jetzt hier nicht drin, aber ich weiß, es ist ein Nelkengewächs. Das heißt, ich muss mir jetzt nur noch Nelkengewächse anschauen und habe mir damit schon viel Arbeit gespart. Ja, das ist halt der große Vorteil ebenso an der systematischen Pflanzenbestimmung, dass man eben irgendwann einfach die ganzen Familien kennenlernt, nach und nach. Ja, wir kennen zum Beispiel sehr gut die Lippenblütler schon. Die können wir so nach dem Motto aus 10 Meter Entfernung schon erkennen. Oder auch Raublattgewächse, die haben halt so bestimmte Merkmale, die fallen einem einfach ins Auge. Die sieht man immer wieder, diese Wiederholungen in der Natur. Und das ist dann natürlich sehr, sehr praktisch alles. Ja, dann haben wir natürlich hier hinten noch so ein Schlagwortverzeichnis, Register. Und so ist das Buch. Also sehr, sehr schön gemacht. Wir können es sehr empfehlen. Auf jeden Fall überhaupt von Rita Lüder. Die Bücher sind alle ziemlich gut. Also, die schreibt gute Bücher, ja auch zum Thema Pilze und so. Und da hat man jetzt wirklich was, wenn man tief in die Materie einsteigen möchte, der Pflanzenbestimmung, was wirklich sehr, sehr praktisch ist. Ja, das Buch richtet sich an Anfänger und Fortgeschrittene. Es ist natürlich schon so, wenn man ein bisschen Fortgeschrittener ist, dann und schon mehr solche Fachwörter kennt, hat man vielleicht ein bisschen leichtere Spiel. Ja, wenn man jetzt ganz neu einsteigt, dann muss man da erstmal ein bisschen lernen, so vielleicht, was bestimmte Begriffe heißen. Aber das ergibt sich ja dann auch bei der Bestimmung, dass man dann immer was nachschlägt und so. So lernt sich das eh am besten draußen. Gar nicht so viel drinsitzen und über den Büchern hocken, sondern lieber das Buch auch mit rausnehmen. Hat ein gutes Format dafür. Und einfach vor Ort auch mal ein bisschen rumprobieren. So macht das natürlich viel mehr Spaß, das Detektivspiel, wenn man direkt draußen in der Natur ist und das dann anwenden kann. Ja, wenn man jetzt natürlich vor hat, irgendwie sich vornimmt, zehn Arten auswendig zu lernen, die man jetzt im kommenden Jahr vielleicht irgendwie sammeln möchte oder kennenlernen möchte, dann ist es vielleicht zu tief eingestiegen. Aber wenn man halt wirklich vor hat, die großen Zusammenhänge kennenzulernen in der Welt der Pflanzen, dann ist es ein sehr gutes Buch, was wir auf jeden Fall empfehlen können, eben gerade jetzt, so kurz bevor der Frühling vor der Tür steht und man da wirklich mal den ganzen Kreislauf der Pflanzen mitmachen kann. Ja, wir werden euch das Buch in der Videobeschreibung verlinken, falls es euch zulegen wollt. Und ansonsten schaut auch gerne mal in unserem Merchandising Shop vorbei und schaut auch natürlich gerne mal in dieses Video und in diese Playlist, wenn ihr euch für Pflanzen und Pilze interessiert.